Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer des heutigen Webinars. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an dem Webinar teilzunehmen. Das ist das Webinar einer Reihe. Die Reihe nennt sich Einsteigerseminar für Experten in der Normung. Heute, das ist der Teil 2 zu dem Thema nationale elektrotechnische Normung. Dabei wird es über die Entstehung der Normen in Deutschland und Regeln und Grundsätze gehen der elektrotechnischen Normung. Die Präsentation wird etwa 30 bis 40 Minuten dauern. Es sind ca. 21 Folien, damit Sie ungefähr wissen, was Sie erwartet. Ich möchte dazu den heutigen Referenten zu diesem Thema begrüßen. Sein Name ist Thomas Sendko. Er ist Mitarbeiter in der DKE und hält hier regelmäßig die Einsteigerseminare für Experten. Hallo Thomas, schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Hallo Kerstin, vielen Dank für die Einladung. Dieses Webinar zu halten. Ja, Thomas ist seit 2009 in der DKE aktiv in der Abteilung Internationale Angelegenheiten. Er wird sich jetzt aber selber kurz vorstellen. Ja, danke dir. Ja, für alle die, die gestern früh noch nicht mit dabei waren, mein Name ist Thomas Sendko. Ich bin Diplom-Ingenieur seit 1994. Ich habe Nachrichtentechnik studiert. Bin in der Netzwerktechnik groß geworden, in der strukturierten Gebäudeverkabelung zu Hause. Komme dort also aus der Kupfer- und LWL-Verkabelung. Bin dann über einige Umwege hin zur DKE gekommen. Bin als Referent eingestiegen und arbeite mittlerweile in der internationalen Abteilung. Kümmer mich um alles, was die IEC-Managementgremien betrifft. Und schütze auch für das Deutsche Nationale Komitee im Standardization Management Board zusammen mit der Geschäftsführung der DKE. Ja, so weit, so gut. Darüber hinaus haben wir irgendwann mal angefangen, Grundlagen-Seminare zu geben über Normung. Das eigentliche Vortragen mache ich schon etwas länger. Wir haben dann hier irgendwann angefangen und gesagt, okay, das, was wir hier tun, ist leider Gottes erklärungsbedürftig. Und deswegen machen wir für jeden, der sich dafür interessiert, ein Einsteiger-Seminar. Und jetzt, nachdem wir die Möglichkeit haben, auch Webinare anzubieten, war das natürlich die logische Konsequenz, zu sagen, so, jetzt bieten wir das auch mal an. Und dazu hattest du aber, glaube ich, noch Fragen, die du loswerden wolltest an die Teilnehmer. Vielen Dank, Thomas, für die Vorstellung. Ich möchte auch ein paar Worte zu meiner Rolle heute noch verlieren zunächst. Mein Name ist Kerstin Sann. Ich bin seit letztem Jahr Mitarbeiterin in der DKE im Bereich Standardisierung und betreue hauptsächlich die Gremien zu Batterien und zu Umweltaspekten. Beschäftige mich aber auch stark mit Elektromobilität und bin von der Ausbildung her Chemikerin. Habe mich dort mit Lithium-Ionen-Batterien in meinem Studium intensiv beschäftigt. Ich bin heute Ihre Moderatorin und werde Sie durch dieses Webinar führen. Ich habe, bevor Thomas mit dem Vortrag loslegt, noch ein paar organisatorische Hinweise an Sie zunächst. Sie sind während unseres Webinars stumm geschaltet. Das hat den Hintergrund, dass wir Störgeräusche vermeiden wollen. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren und das sollen Sie sogar, beziehungsweise wir würden uns sehr freuen, wenn Sie aktiv an unserem Webinar teilnehmen. Dazu nutzen Sie bitte die Funktion Fragen und Antworten, die rechts in Ihrem Bildschirm zu sehen sein müsste. Dort können Sie Fragen direkt an uns richten. Wir werden die Fragen dann entweder unmittelbar, wenn Sie diese Stellen beantworten. Das heißt, ich gebe Ihnen die Frage direkt an Thomas Zenko weiter oder wir heben Ihre Fragen bis zum Schluss des Vortrags auf und beantworten die dann gebündelt. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Art der Frage ist. Ich werde dies dann als Moderatorin intuitiv entscheiden und Sie dann so durch das Webinar führen. In jedem Fall werden wir aber versuchen, alle Ihre Fragen heute zu beantworten. Im Anschluss an das Webinar möchten wir dann auch gerne noch wissen, wie Ihnen das Webinar gefallen hat. Dazu wird automatisch in Ihrem Browserfenster eine Zufriedenheitsumfrage gestartet, an der wir Sie bitten, teilzunehmen. Denn wir möchten Ihnen auch in Zukunft Mehrwerte bieten und die Webinare optimieren und sind daher sehr an Ihrer Meinung interessiert. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir Ihnen im Anschluss an das Webinar eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Sollten Sie also jetzt nicht alle Folien auf den ersten Blick erfassen können, dann können Sie sich hinterher alles noch einmal ansehen. Jetzt noch das, worauf Thomas gerade hingewiesen hat. Bevor ich nämlich übergebe, möchten wir noch etwas über Sie erfahren, damit wir wissen, mit wem wir es heute zu tun haben. Dafür nutze ich jetzt die Umfragefunktion. Es wird sich auch rechts in Ihrem Fenster diese Umfrage für eine Minute öffnen. Da bitten wir Sie, die entsprechende Antwort anzuklicken. Unsere heutige Frage ist, ob Sie Teil 1 der Webinarreihe gestern schon gehört haben. Ob live oder hinterher auf YouTube. Kein Problem, nur damit wir einschätzen können, wer die Informationen von gestern schon erhalten hat. Ich sehe, die meisten haben tatsächlich gestern live an dem Webinar teilgenommen. Es sind auch einige, die erst heute zu elektrotechnischen Normungen dazukommen. Aber doch der Großteil hat gestern live bereits Teil 1 gehört. Wunderbar, dann möchten wir jetzt mit dem Vortrag loslegen. Ich danke Ihnen, dass Sie an der Umfrage teilgenommen haben. Ich habe jetzt erstmal alles gesagt, übergebe an Thomas. Ich freue mich auf ein spannendes Webinar und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ja, dann nochmal herzlich willkommen. Wir legen jetzt los, gleich mit der ersten Folie, die wir überspringen. Und ich möchte kurz rekapitulieren, was wir gestern Vormittag hatten. Jetzt wissen wir ja, dass relativ viele schon gestern mit dabei waren. Ich freue mich, dass Sie alle wieder da sind. Wir haben gestern gelernt, will ich mal so sagen, oder ich habe Ihnen erzählt, dass wir ein Normenausschuss gestiegen sind und dass wir vom VDE getragen werden, dass wir seit 1970 aktiv sind und dass wir die Nationale Organisation für die Erarbeitung von Normen und Sicherheitsbestimmungen im Bereich der Elektrotechnik sind. Das heißt also ein Normenausschuss, der elektrotechnische Normen macht und gleichzeitig noch Sicherheitsbestimmungen des VDE verwaltet und das gesamte elektrotechnische Normwerk also hier in der DKE beheimatet ist. Ja, ein wichtiger Punkt, den ich Ihnen mitgegeben habe, ist, dass wir marktorientiert arbeiten. Das werden Sie noch mehrfach hören. Und dass wir vor allem auch durch den Markt gelenkt werden. Das heißt also auf allen Hierarchie-Ebenen der DKE, sei es in einem Gremium, sei es in der Abteilung, wie aber auch oberhalb der DKE-Geschäftsführung, finden sich Experten, die den deutschen elektrotechnischen Markt repräsentieren. Und die sagen uns letztendlich, in welche Richtung wir die Normung betreiben sollen, wie die Normungspolitik aussehen soll und ob wir das, was wir tun, so richtig machen. Ein ganz wichtiger Punkt auch in der Elektrotechnik ist, dass wir international arbeiten. Das heißt, es gibt andere Bereiche in der Normung, da passiert noch relativ viel regional, entweder auf nationaler Ebene in Deutschland oder natürlich auch auf europäischer Ebene. In der Elektrotechnik sind wir da anders aufgestellt. Wir erarbeiten zwischen 80 und 90 Prozent mittlerweile international. Das heißt, die eigentlichen technischen Inhalte werden in einem Gremium der Internationalen Elektrotechnischen Kommission, der IEC, erarbeitet. Und durchlaufen dann einen Prozess, der dafür sorgt, dass sie in Deutschland als Norm verfügbar sind. Und diese Verfügbarkeit wird dann durch die DKE realisiert. Und die Verlage von DIN und VDE, der Beuth Verlag und der VDE Verlag verkaufen dann diese Norm. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass wir uns finanzieren über diesen Normungsverkauf. Das heißt also, mit jedem kauft eine Ging-Norm, wie sind die erfolgreiche elektrotechnische Normung in Deutschland. So, kommen wir nun also zur nationalen Normung. Wie funktioniert das im Allgemeinen? Ich zeige Ihnen heute, wie der Ablauf generell ist und was wichtig ist in dieser nationalen Normung. Prinzipiell ist es so, dass wenn die Inhalte auch woanders herkommen, so ist dieses Verfahren doch ähnlich, wenn wir internationale Normen haben. Nur, dass wir dann natürlich eine andere Quelle haben. Deswegen zeige ich Ihnen hier und heute kurz, wie wir in der DKE arbeiten. Und daraufhin folgend dann nächste Woche, sage ich Ihnen dann noch, wie Sie von einem Normungsantrag bis zu einer deutschen Norm kommen, mit der Internationalität, mit der europäischen Harmonisierung und allem Programm. Also heute national. Wie funktioniert das Ganze? Ja, das DIN hat ein Selbstverständnis, das ist quasi den runden Tisch darstellt, an dem sich jedermann wiederfindet. Und das Wort jedermann ist hier wirklich so zu verstehen, dass wir die Aufgabe haben, an der Normungsarbeit jedermann zu beteiligen. Was wir hier machen, ist, dass wir einen Tisch zur Verfügung stellen. Das ist dann der Referent. An diesem Degrenium sollen dann alle, wir sagen, technischen Fachkreise sich versammeln, die den elektrotechnischen Markt repräsentieren. Und das sind dann nicht nur Vertreter aus der Industrie, wie man vielleicht im ersten Moment denken könnte, sondern das sind auch Vertreter aus Wissenschaft, aus dem Bereich der Verbraucherschutzverbände, je nach Dremium natürlich Handwerk, technische Überwachungsvereine, der TÜV, das VDE Prüfinstitut. Wir haben den Handel mit dabei, Dienstleistungsunternehmen, die auch immer wichtiger werden in der Normung. Und last but not least haben wir natürlich auch Vertreter der Ministerien mit dabei, hier als Staat betreffend. Wichtig ist, dass wir den Stand der Technik versuchen zu ermitteln. Und da sind wir natürlich auf die Industrie angewiesen, die dann doch einen Großteil der Entwicklungsarbeit vorantreibt. Wir berücksichtigen aber alle möglichen Erkenntnisse, vor allem halt auch aus der Wissenschaft, und versuchen das als deutsche Norm niederzuschreiben. Wie sieht das dann letztendlich aus? Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe heute ein Foto gemacht von einem unserer Meetingräume hier in der DKE, das ist also das VDE Haus, in dem wir regidieren. Sie sehen, wir haben also einmal einen Referenten der DKE, der hier natürlich die Sekretariatsaufgaben für das deutsche Gremium ausführt, der das Gremium organisiert, der einlädt. Auch da gibt es ganz klare Regeln, wie sowas zu funktionieren hat. Auch das sage ich Ihnen heute, wie das funktioniert. Dann haben wir natürlich den Obmann des Gremiums, den dieses Gremium unter sich bestimmt. Und wir haben natürlich die Fachkreise, die dann ihre Vertreter dorthin senden. Es ist so, dass wir bei der Berufung in dieses Gremium jeweils den speziellen Fachkreis befragen, ob dieser Experte, der in diesem Gremium mitarbeiten möchte, denn auch autorisiert ist durch diesen Fachkreis. Speziell das Beispiel wäre dann zum Beispiel der Zentralverband der Elektroindustrie, als ein Fachkreis des elektrotechnischen Marktes. Und wenn jemand von einer Firma, die beim ZVI Mitglied ist, mit teilnehmen möchte hier an der Normungsarbeit, dann fragen wir den ZVI auch, ob dieser Experte denn auch autorisiert ist. Und so funktioniert das bei allen eben genannten Fachkreisen. Ja, dann gibt es noch Gäste, die der Obmann jeweils einlädt, um spezielle Expertise noch in dieses Gremium hineinzubekommen. Also wenn ein Fachvortrag zu einer speziellen neuen Technik gewünscht ist, dann lädt man sich zum Teil Gäste ein, die dann dementsprechend Vorträge halten. Und die nehmen wir dann auch nur als Gast an dieser Sitzung teil und sind im eigentlichen Entscheidungsprozess nicht beteiligt. Welche Regeln gelten denn? Das heißt, wir haben drei große Regelwerke, die uns die Regeln vorgeben für die Normungsarbeit. Wir haben eine Norm tatsächlich zur Erstellung von Normen. Da steht ja nicht nur drin, welche Formate einzuhalten sind. Das ist natürlich wichtig, welcher Schriftgrad, welche Schriftart und so weiter. Aber viel wichtiger ist natürlich, dass das Verfahren immer das gleiche ist und dass es transparent ist, was wir hier tun. Und deswegen arbeiten wir wie alle Normausschüsse des DIN nach der DIN 820. Darüber hinaus, Sie wissen, wir verantworten auch das Vorschriftenwerk des VDE und da arbeiten wir nach der VDE 0022. Das muss hier nicht beschäftigen. Das ist vor allem, muss das der Referent, vielleicht noch der Obmann wissen, aber der Referent ist derjenige, der die Expertise über die Erstellung von Normen und auch die Formatierung hier vorhält. Und dementsprechend muss der natürlich die Inhalte kennen, aber nicht der einzelne Experte, der hier mitarbeitet. Darüber hinaus haben wir noch eine Geschäftsordnung, die dann auch uns im Notfall noch zu Hilfe eilt, wenn wir nicht weiter wissen. Ganz, ganz wichtig natürlich ist da drin, was passiert, wenn Einsprüche kommen zu dieser Norm. Dann ist auch das in dieser Geschäftsordnung geregelt, aber dazu mehr später. Ja, was haben wir generell für Regeln? Ich gehe natürlich jetzt nicht die ganze DIN 820 oder die Geschäftsordnung oder die KE durch. Ich gebe Ihnen nur die wichtigen Punkte mit auf den Weg. Ganz, ganz wichtig ist, die eigentliche Arbeit wird von den technischen Experten durchgeführt. Das heißt, die DKE-Referenten haben natürlich im besten Fall eine gewisse Expertise in den Bereichen, in denen sie als Referent tätig sind, aber eigentlich sind sie nur die Sekretäre, die sie beraten in Verfahrensfragen und ihnen sagen, wie welche Arbeitsschritte auszuführen sind. Diese Fachleute werden von den Fachkreisen autorisiert. Auch das habe ich Ihnen schon gesagt. Und ganz, ganz wichtig ist immer, ich sage es nochmal, eine angemessene Vertretung aller Fachkreise in diesem Gremium, damit nicht einzelne Bereiche des Marktes die Normen dominieren. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das steht hier in der Mitte, die Arbeitsergebnisse müssen der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Das heißt, das, was wir tun, ist nicht intransparent, sondern im Gegenteil, wir suchen die Öffentlichkeit. Das ist im Zeitalter des Internets dann völlig wesentlich einfacher geworden. Das heißt, wir präsentieren uns im Internet, wir präsentieren unsere Arbeitsergebnisse in verschiedenen Bereichen. Ich zeige Ihnen nachdem, wo das genau funktioniert. Das heißt, von außen betrachtet können Sie jederzeit sehen, welche Normung ist gerade aktiv, welche Normen sind in der Entstehung. Dann gibt es Veröffentlichungen von Entwürfen. Diese Entwürfe sind kostenfrei einsehbar, die sind kommentierbar, auch durch wirklich jedermann. Da haben wir gerade ein neues Tool veröffentlicht, wo weltweit wirklich jeder Mensch, der eine E-Mail-Adresse hat, sich registrieren kann und dann dort Kommentare eingeben kann. Diese Kommentare laufen dann auch hier in der DKI auf und werden dem Gremium, das für diese Norm zuständig ist, vorgelegt und dort bewertet. Und dann kann man auch erwarten, dass man eine Rückmeldung bekommt. Also das sind alles Dinge, die wir tun und wir suchen die Öffentlichkeit und wir versuchen natürlich auch Werbung für die Normung letztendlich zu machen. Diese Stellungnahmen oder Kommentare, die dann kommen, sind natürlich Teil, essentieller Teil der Normungsarbeit. Nicht jeder muss in einem Gremium mitarbeiten, aber jeder kann Kommentare bringen. Und dann können Sie sich vorstellen, dass es natürlich auch zu unterschiedlichen Meinungen kommt in Bezug auf technische Sachverhalte. Wenn das Gremium einen Kommentar ablehnt, einen Einspruch zu einer Norm ablehnt, dann gibt es ein spezielles Verfahren, wie damit umzugehen ist. Und da möchte ich Sie daran erinnern, dass wir diese Vertreter des elektrotechnischen Marktes auf allen Hierarchie-Ebenen der DKI vorfinden. Das heißt, wenn ein Gremium einen Einspruch ablehnt, ist es so, dass die nächsthöhere Instanz, nämlich der Fachbereichsvorsitzende, der auch aus dem Markt kommt, dann involviert wird, befragt wird und gesagt wird, ja, es gibt diesen Einspruch, das Gremium hat ihn abgelehnt, aber der Einsprechende ist der Meinung, dass diese Ablehnung unberechtigt war und dementsprechend muss dann der Fachbereichsvorsitzende darüber entscheiden, ob das Gremium richtig gehandelt hat oder nicht. und selbst dann, wenn also auch dieser Kollege dann sagt, ja, dieser Einspruch zu dieser Norm ist nicht gerechtfertigt, er lehnt diesen Einspruch ab, gibt es nochmals die Möglichkeit, das eskalieren zu lassen, bis hin zu dem Lenkungskreis der DKE, den ich Ihnen auch gestern Vormittag vorgestellt habe, der sich dann wiederum beschäftigt, damit, ob alle Verfahren richtig eingehalten wurden und selbst dort wird dann also dieser technische Sachverhalt nochmal diskutiert und dann aber auch endgültig beschrieben, sodass man also davon ausgehen kann, dass, ja, wirklich alle Einsprüche gewürdigt werden und in den Seminaren, die wir hier live halten, kommt an der Stelle immer die Frage, ist denn das schon mal passiert, ist denn das schon mal vorgekommen und ich darf dann immer antworten, dass wir eigentlich alle Einsprüche, die gekommen sind, in beiderseitigem Einverständnis gütlich gelöst haben, spätestens auf der Ebene des Fachbereichsvorsitzenden wurde dann also dementsprechend eine Einigung herbeigeführt, sodass man also dann den Normungsprozess zu Ende durchführen konnte mit den Einsprüchen, die dann von extern auch gekommen sind. Also dieses Konsensbildungsverfahren funktioniert seit 1970 sehr gut. Natürlich sind die Einsprüche mehr geworden durch die Beteiligung der Öffentlichkeit, durch auch das Internet, aber wir funktionieren nach diesem System seit 1970 sehr, sehr gut, kann man sagen. Jetzt bin ich gespannt. Ich möchte Ihnen gerne live hier zeigen, wie wir diese Öffentlichkeit herstellen. Dazu möchte ich Sie verweisen auf zum Beispiel das DIN-VDE-Entwurfsportal. Ich habe hier mal Internet-Links hinterlegt, die ich versuche aufzurufen. Und das funktioniert leider nicht. Ich probiere es nochmal mit dem Teilen des Internet-Explorers und öffne diesen und ich hoffe, Sie sehen, was ich tue. Und siehe da, es funktioniert. Ich komme also direkt, weil ich hier natürlich ein automatisches Login habe, direkt an die Entwürfe, die im Moment zur Kommentierung offen sind. Und alles, was Sie tun müssen, wenn Sie noch keinen DKE-Account haben, wenn Sie also noch nicht aktiv in der Normung mitarbeiten, dann ist es so, dass Sie auf der Startseite hier DIN-VDE-Entwurfsportal sich einen Login klicken können. Sprich, Sie registrieren sich einmalig mit Ihrer E-Mail-Adresse, mit einem Namen und dann können Sie sofort hier einsteigen und können sich diese Normentwürfe anschauen. Warum müssen Sie eine E-Mail-Adresse eingeben? Ganz klar, wir möchten natürlich, wenn Sie hier Kommentare eingeben, auch auf diese Kommentare reagieren können und Ihnen eine qualifizierte Antwort geben auf den Kommentar, den Sie uns schicken. Und deswegen fragen wir nach der E-Mail-Adresse. Das ist der einzige Hintergrund. Ich versuche mal, ob ich hier weiterkomme. Ich klicke mal auf die DIN EN 60974-10. Sie sehen auch, diese DIN hat auch eine VDE-Spezifikation. Da geht es um Nicht-Bogen-Schweiß-Einrichtungen. Da hätte ich jetzt auch darum gebeten, dass es eine VDE-klassifizierte Norm ist, da natürlich dort Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir können nochmal schauen, wie es denn weitergeht. Und hier sehe ich jetzt die Möglichkeit, mich durch diese Norm durchzuklicken. Ich kann also jede einzelne Seite dieser Norm-Mail anschauen. Sie sehen, dort ist noch das Inhaltsverzeichnis, Anwendungsbereich, normative Verweisungen. Und dann kann ich hier tatsächlich klicken, Sie haben ein Kommentar zu diesem Entwurf. Über dieses Formular teilen Sie uns die Kommentare ganz einfach mit. Und dann sehe ich hier die Möglichkeit, einen Kommentar grundsätzlich, technisch, redaktionell hier einzugeben. Sie können hier einen Kommentar, Freitext eingeben, Ihren Änderungsvorschlag zu diesem Abschnitt eingeben, drücken dann auf Kommentar abgeben. Das machen Sie jetzt nicht, sonst bekommt nämlich der Referent, der für diese Norm hier in der DKI zuständig ist, ein Word-Formular mit dem Kommentar, den Sie abgegeben haben, zugeschickt. Das ist also eine ganz schöne Sache. Ich gehe jetzt nochmal zurück zur Präsentation und sehe dort dann hoffentlich. Teilen. Da sind wir wieder. Wunderbar. Die DKI Homepage, das erspare ich mir jetzt mal. Sie können da schauen, www.dke.de und dort gibt es den Unterpunkt Arbeitsergebnisse, was ich Ihnen auch noch zeigen möchte. Also unter Arbeitsergebnisse erscheinen dann nationale Entwürfe, aber auch internationale Entwürfe von IRC und von Sennelik. Was wir auch noch haben, sind die DIN Infopoints. Die sehen Sie hier auf der rechten Seite. Das heißt, wenn Sie einfach mal googlen, DIN Infopoints, dann kommen Sie auf eine Seite, die Ihnen dieses Bild hier, was ich hier auf der rechten Seite habe, zeigt. Und da sehen Sie lauter grüne und orangefarbene Punkte. Und das sind tatsächlich Orte, wo Sie hingehen können, physikalische Normen einsehen können, beziehungsweise steht dort ein Computer, den Sie beanspruchen können und da können Sie alle Normen einsehen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, wie im Schriftstückservice das hier im Hause der DKE, Teile der Normen sich ausdrücken zu lassen und mitzunehmen gegen eine einfache Kopiergebühr. Das heißt also, wir sind immer wieder mal mit dem Vorwurf konfrontiert, dass wir Normen unter Verschluss halten würden oder dass wir nicht transparent arbeiten würden. Jedermann hat in Deutschland die Möglichkeit, Normen kostenfrei einzusehen, Entwürfe kostenfrei einzusehen und dementsprechend sich an der Normung zu beteiligen. Und Last but not least ist seit dem 1.9., also seit diesem Monat, haben wir die Möglichkeit, auch wiederum auf IEC-Ebene, das heißt also international, Normen, Normentwürfe zu kommentieren. Auch wieder jedermann. Und ich gehe jetzt hier noch mal auf den Internet Explorer, und dann müssen Sie die Seite IEC-CH sehen. Jawohl. Das ist also die Seite der Internationalen Elektrotechnischen Kommission. Und da sehen Sie in dieser Button hier unten blau, Public Commenting on Draft Standards. Der ist neu. Und wenn ich da draufklicke, passiert das Gleiche wie bei diesem Entwurfsportal. Ich komme hier auf eine Seite, da kann ich mir auch wiederum einen Account anlegen. Ich habe innerhalb von wenigen Minuten auch hier Zugang zu den CDF-Fonds. Das sind die Comedy-Drafts, die im Moment gerade in der Kommentierung seitens IEC sind. Und da ist es so, dass Sie auch Kommentare absetzen können, die dann auch hier in der DKE auflaufen. Entschuldigung dafür. Das war jetzt wirklich eine Premiere in dieser Anwendung und das nächste Mal wird es wieder besser funktionieren. Es tut mir leid. Ja, Thomas, so etwas kann immer vorkommen. Wir haben hier auch direkt eine Frage, die ich gerne an dich richten möchte. Da geht es noch mal um entweder um das Schlichtungsverfahren, denke ich, oder auch könnte auch betreffen um die Kommentierung von Entwürfen durch Experten. Und zwar ist die Frage, wenn es mehrere widersprüchliche Vorschläge zum Entwurf gibt, wie erfolgt dann die Entscheidung des Sekretärs? Ja, das ist ein Teil des nächsten oder dieses Seminars heute noch. Wir arbeiten nach dem Konsensprinzip. Das heißt also, wenn wir verschiedene technische Vorschläge haben, einen Sachverhalt zu normen, dann wird es ausdiskutiert und es wird so lange diskutiert, bis man zu einem Konsens gekommen ist. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle Fachkreise an diesem Tisch haben. Dann haben wir unterschiedliche Meinungen zu einem Sachverhalt und es gibt kein Voting, es gibt keine Abstimmung, es gibt kein irgendwie geartetes Verfahren, das herbeizuführen, sondern man diskutiert so lange, bis man sich technisch einig ist. Und der Konsens, ich habe die Definition, glaube ich, in diesem Folien-Satz hier, ist tatsächlich dadurch geprägt, dass niemand seinen Widerstand gegen diesen Sachverhalt aufrechterhält. So wird also letztendlich dann im Komitee entschieden. Gesetz den Fall, es wird entschieden und jemand überlegt sich hinterher anders, dann kann er genau diesen Weg wählen, dann kann er den Einspruch gehen und kann also sagen, okay, ich spreche ein gegen diesen Entwurf, ich sende einen Kommentar an das Gremium und dann wird er nochmal drüber beraten und wenn dann abgelehnt wird, dann geht dieses Schlichtungsverfahren los. Okay? Vielen Dank. Wunderbar. Gut, kommen wir jetzt wieder zu den Grundsätzen der Normen zurück. Ganz, ganz wichtig in der Normung ist natürlich, wir können niemanden zwingen, an der Normung teilzunehmen. Wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt und in der Normung mitarbeitet und ganz, ganz wichtig, das Prinzip der Freiwilligkeit gilt auch in der Anwendung. Das heißt, Normen sind keine Gesetze, Normen werden gerne herangezogen als der Stand der Technik, aber letztendlich ist die Anwendung von Normen immer freiwillig. Das heißt, wenn ich ein Haus bauen möchte, dann kann ich das natürlich, dann kann ich dort vielleicht für die Elektroinstallation, die Norm sollte ich dann anwenden, das wäre schon, das wäre sehr praktisch, aber ich kann auch dem Elektriker sagen, mach wie du willst, hauptsache es funktioniert hinterher. Dann könnte dieser Elektriker eigene Ideen in diese Elektroverkabelung einbringen. Er hat dann natürlich auch eine größere Verantwortung, weil er unter Umständen nicht nach dieser Norm arbeitet. Die Norm gibt ihm Sicherheit, dass das, was er dort tut, eine gewisse Qualität hinterher auch letztendlich bringt. Es ist dann so, dass wenn jemand, wenn dieser Elektriker nicht nach diesen Normen arbeitet, dann muss er quasi im Zweifelsfall den Nachweis erbringen, dass die Arbeit, die er abgeliefert hat, auch sicher ist. Das ist ja ganz, ganz wichtig in der Normung und dass die Qualität natürlich auch stimmt. Also wir empfehlen natürlich die Anwendung der Normen, aber wir können niemanden zwingen. Das heißt also, im Zweifelsfall gilt der Vertrag, der zwischen den einzelnen Parteien abgeschlossen wird, über die Erbringung einer Dienstleistung zum Beispiel und dort ist es dann sinnvoll, die Anwendung von Normen hineinzuschreiben und im Zweifelsfall auch genau hineinzuschreiben, nach welchen Normen gearbeitet werden soll. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit wichtig ist, dass die Beteiligung aller interessierten Kreise wichtig ist. Das Konsensverfahren haben wir eben schon mal vorgezogen und angesprochen und Sie sehen, dass wir versuchen, möglichst international zu arbeiten und dass wir möglichst immer aktuell versuchen zu sein. Noch eine Frage? Ja, es gibt jetzt direkt eine Frage zu der Freiwilligkeit der Anwendung von Normen. Es wird ja immer wieder beobachtet, dass vor allem Kunden auch die Erfüllung von Normen bestehen. Inwiefern ist dann die Anwendung von Normen noch freiwillig? Das ist genau der Punkt, den ich angesprochen habe. In dem Moment, wo ich einen Kunden habe, dann habe ich irgendein vertragliches Verhältnis mit diesem Kunden und dann sollte ich natürlich schauen, habe ich das vertraglich vereinbart und bringt es mir nicht vielleicht sogar Vorteile, wenn ich mich an diese Norm halte? Kann ich ihm sagen, ich habe nach dieser Norm gearbeitet, ich habe die Leistung nach dieser Norm erbracht und ich kann dadurch auch eine, ja, mit ruhigem Gewissen die Gewährleistung aussprechen, dass das, was ich getan habe, auch eine gewisse Qualität hat. Im Streitfall, wenn das Ganze im Notfall vor Gericht endet, dann ist es so, dass der Richter, dem Anwender der Norm im ersten Moment versichert, dass das, was er getan hat, ja auch eine gewisse Qualität hat. Das heißt, es wird dann im Notfall ein Experte eingeschaltet, es wird ein Gutachten erstellt und in dem Moment, wo der Erbringer der Dienstleistung, ich sage jetzt mal der Elektrohandwerker, nach der Norm gearbeitet hat, da billigt man ihm zu, dass das, was er getan hat, auch wirklich Hand und Fuß hat und dass es einer gewissen Qualität entspricht. Dankeschön. Okay. Gehen wir weiter. Ich habe Ihnen schon gesagt, jedermann ist unser, ein wichtiges Prinzip in der Normung und das jedermann-Prinzip gilt nicht nur für die, für das Einsprechen oder für das Kommentieren von Normen, sondern wir können auch jedermann fragen, beziehungsweise jedermann kann hier zur DKI kommen und kann Normungsarbeiten beantragen. Das heißt, wir können von heute auf morgen einen Brief in der Post haben, eine E-Mail bekommen, wo drin steht, wir hätten gern die und die Dienstleistung genormt oder das und das elektrotechnische Produkt sollte genormt werden und dann ist es so, dass tatsächlich dieser Wunsch von dem Gremium beraten wird und derjenige, der uns diesen Wunsch übermittelt hat, bekommt dann dementsprechend auch eine Rückmeldung. Ja, das war eine gute Idee oder nein, es war nach der Meinung des zuständigen Normungsgremiums keine gute Idee und dann bekommt er eine qualifizierte Antwort und eine Begründung, warum das so ist. Und auch hier gilt wieder die Möglichkeit, das Ganze eskalieren zu lassen und das Ganze in ein Schlichtungsverfahren einzuleiten. Jetzt gehe ich mal schauen, was wir noch für Dinge haben, die ich noch nicht erwähnt habe. Das ist ein öffentliches Einspruchsverfahren, habe ich Ihnen gesagt. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, der eben schon in der Frage vorweggenommen wurde, wie arbeitet dieses Gremium? Dieses Gremium arbeitet nach dem Konsensprinzip und hier ist es tatsächlich so, Sie können das auch mal googeln, es gibt eine Definition in der DIN EN 45.020, der da frei übersetzt heißt, Konsens bedeutet nicht notwendigerweise Einstimmigkeit, sondern nur das Fehlen aufrechterhaltenen Widerspruch. Das heißt, es wird so lange diskutiert, bis auch der Letzte sagt, jawohl, das entspricht dem, was ich realisieren kann und was ich realisieren möchte mit meinen Produkten und ich stimme dieser Norm zu. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass alle, dass der gesamte Markt am Tisch sitzt und jeder sagt, jawohl, das ist die Norm, danach wollen wir arbeiten, danach wollen wir Produkte im Markt sehen. Wir werden immer wieder gefragt, wie ist die, wie sind die Gremien der DKI organisiert. Wir haben eine Nummerierung, die sich an den Fachbereichen orientiert. Wir haben gestern gelernt, wir haben neun Fachbereiche, die die Sektoren des elektrotechnischen Marktes abbilden und was wir hier sehen, ist jetzt ein Komitee, da ich aus der Glasfaserei komme, ist das ein Gremium, das sich mit Nachrichtentechnik beschäftigt und das nennt sich K412. Das K412 arbeitet so, dass sie sich mit Kupfer- und Glasfaserverkabelung beschäftigen und das ist interessant, weil es international jetzt mehrere Gremien sind, die sich damit beschäftigen und hier in dem Fall ist das zum Beispiel das TC86, was Glasfaser macht und das TC47, was zum Beispiel Kupfersteckverbinder macht und die Arbeit wird dann getan in diesem Komitee K412. Und da jetzt dieser Bereich relativ groß ist und sehr viele unterschiedliche Techniken dort zu finden sind, ist es so, dass wir das unterteilt haben, sogenannte Unterkomitees, das sind dann die UKs und die werden einfach nochmal durchnummeriert, 412.1.2.3 und so weiter. Das heißt, wir finden in dem einen Unterkomitee die Steckverbinder, die genormt werden, in dem anderen Unterkomitee die Kabel, die genormt werden und dann können Sie sich vorstellen, dass natürlich die Kollegen, die die Steckverbinder machen und die Kollegen, die die Kabel machen, unter Umständen einen Konflikt haben, wenn es darum geht, einen Steckverbinder an ein Kabel dran zu machen und wer ist dann dafür verantwortlich, dass diese Verbindung auch funktioniert. Und dann kommt es dazu, dass dieses Komitee, was oben drüber arbeitet, entscheiden muss, wer denn verantwortlich ist, für was in welcher Norm. Und das ist also genau dieser Grund dieser Aufteilung in verschiedene Hierarchien. Unter diesen Unterkomitees kann man beliebig viele Arbeitskreise gründen. Diese Arbeitskreise dienen dann dazu, dass einzelne Sachverhalte zu einem Detail in einem Steckverbinder oder zu einem Prüfverfahren ausgearbeitet werden. Und dieser Arbeitskreis erarbeitet dann einen Sachverhalt und der wird dann in diesem Unterkomitee letztendlich beschlossen und auch in eine Norm letztendlich überführt. Ja, ich habe Ihnen schon gesagt, wie so ein Gremium sich zusammensetzt. Wichtig ist uns, dass diese Gremien nicht zu groß werden. Das heißt also im Regelfall haben wir nicht mehr als 15 Mitarbeiter. Was dann natürlich die Herausforderung ist, die richtigen 15 Mitarbeiter an den Tisch zu bekommen und zu entscheiden, wer welche Fachkreise repräsentiert. Und wenn wir dann von der Elektroindustrie zehn Vorschläge bekommen, dann schicken wir die auch gerne wieder zurück zum Zentralverband der Elektroindustrie und sagen, zehn Leute, ist zwar schön, dass wir diese begeistern können, hier mitzuarbeiten, aber wir hätten gern nur drei, weil wir noch genügend Plätze für andere Fachkreise brauchen. Und dementsprechend muss dann der Fachkreis uns sagen, wer dann kommen soll und wer dann hier mitarbeiten soll. Also da sind wir bemüht, diese Ausgewogenheit zu realisieren. Was wir gerne sehen, ist, dass die Leute, die bei uns hier arbeiten als Experten, nicht nur fachlich qualifiziert sind, sondern auch, ich sage mal, einigermaßen gut Englisch sprechen. Weil natürlich in der Elektrotechnik die Umgangssprache Englisch ist, das heißt, die Normen werden auf Englisch bearbeitet. Wir übersetzen dann, das ist eine unserer Aufgaben, alle Entwürfe und alle Normen letztendlich ins Deutsche, aber die Grundlagenarbeit an den Texten erfolgt meist auf Englisch. In den physikalischen Seminaren, komme ich auch nochmal hier drauf, wird jetzt immer gefragt, wie gut muss das Englisch sein? Und da die offene Antwort, das Englisch, was weltweit wahrscheinlich am meisten gesprochen wird, ist Normungsenglisch. Das ist das Englisch, was von allen Normungsmitarbeitern weltweit gesprochen wird. Und das ist nicht unbedingt das, was man in der Schule lernt, nicht unbedingt das, was im Oxford Dictionary steht, sondern das ist das, was dazu führt, dass die Techniker sich untereinander verstehen. Und da kann das gerne mit Händen und Füßen sein. Da muss also niemand Angst haben, dass er dort nicht klarkommt. Das ist also, je besser das Englisch ist, desto besser, aber die Schulgebnisse reichen in den meisten Fällen und der Rest funktioniert dann unter Technikern sehr, sehr gut. Gehen wir mal weiter, noch im Text. Wie funktioniert ein Normungsverfahren generell? Und das ist jetzt hier die einfachste Variante einer nationalen Norm. Das Ganze wird dann beliebig komplex, wenn ich internationale Wege gehe, europäische Wege gehe, aber zum Einstieg reicht das hier in erster Linie mal aus. Sie sehen, wir haben einen Normungsantrag und rot markiert hier ist jeweils die Beteiligung der Öffentlichkeit. Also wir können einen Normungsantrag natürlich aus dem Gremium bekommen, aber natürlich auch aus der Öffentlichkeit bekommen. Wir können es von der Bundesregierung bekommen, in Form des Wirtschaftsministeriums, das dann auf uns zukommt und sagt, bitte, wir möchten Elektromobilität fördern, mach doch bitte mal einen einheitlichen Standard für das Laden von Elektrofahrzeugen und das haben wir dann erfolgreich sogar international durchgeführt. Wir haben jetzt dann eine Normvorlage, die erarbeitet wird vom Gremium. Wir haben Manuskripte, die erarbeitet werden von der Geschäftsstelle und diese werden verarbeitet zu einem Normentwurf und dieser Normentwurf wird an der Stelle, auf der ich Ihnen gezeigt habe, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Wir haben dann natürlich noch Qualitätssicherungsverfahren innerhalb der DKE, wie auch auf Seiten des Dienstes. Es gibt also tatsächlich eine Normenprüfstelle, die prüft, ob alle Kriterien eingehalten worden sind und Sie sehen auf der linken Seite noch das Pflichtungsunterschiedsverfahren, was wir im Notfall anwenden noch müssen. Wenn dann diese Einwürfe, Einsprüche alle bearbeitet werden, kommt es zur Erarbeitung eines Manuskripts für eine Norm und letztendlich der Veröffentlichung einer deutschen DIN-Norm. Und auch dort wird natürlich die Qualität nochmal geprüft. Das Ganze könnte ich Ihnen jetzt, wenn die Zeit nicht schon so weit vorgeschritten wäre, noch im Detail zeigen. Wichtig für Sie, rot hier ist die Öffentlichkeit, grün ist das, was wir als Geschäftsstelle tun und blau ist jeweils die Beteiligung der Experten in der Normung. Und da sehen Sie, da ist sehr viel blau mit dabei, nämlich Normungsbedarf feststellen, macht das Gremium, das Gremium berät das eigentliche Manuskript, es verabschiedet auch den Inhalt, dann arbeiten wir ein wenig an dem Layout der gesamten Sache, stellen das Ganze nochmal der Öffentlichkeit zur Verfügung, dann arbeitet wiederum das Referat daran, das Arbeitsgremium entscheidet über diese Einsprüche, über die Kommentare. Dann ist wieder die DKE dran, die das Ganze qualitativ weiterbringt. Letztendlich entscheidet dann der Obmann des Gremiums, ob das, was wir produziert haben als Norm, auch inhaltlich dem entspricht, was das Gremium beraten hat. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger administrativer Schritt, der hier dann nochmal von dem Obmann durchgeführt wird. Und dann laufen die Schadenräder der Produktion in DIN und DKE weiter bis hin zur Veröffentlichung. Und ganz, ganz zum Schluss ist es auch so, dass alle, die in diesem Gremium an dieser Norm mitgearbeitet haben, also das Gremium an sich, bekommt hinterher noch ein Belegexemplar von der Norm, die sie letztendlich erarbeitet haben. Und last but not least darf ich Ihnen zeigen, wie so eine Titelseite aussieht. Und das sind so die Vorgaben, die unter anderem in der DIN 820 drinstehen. Das muss Sie nicht erschrecken, aber das sind so die Sachen, die wir hier qualitativ einhalten müssen und die dann auch tatsächlich von einem Mitarbeiter im DIN geprüft werden, ob sie denn auch wirklich so sind. Und damit kommen wir zum heutigen Schluss. Das ist die nationale Normungsarbeit. Ich danke Ihnen für Ihr Teilnehmen zu dieser späten Stunde. Ich freue mich, dass Sie alle mit dabei geblieben sind. Und ich darf Sie auffordern, wenn Sie Lust haben, folgen Sie uns auf Twitter, schauen Sie sich unseren YouTube-Kanal an. Wir machen einiges an Storify und an Google Plus Kommentaren. Und für alle, die mehr wissen wollen, machen wir nächste Woche die internationale Normung. Und wenn Sie dabei bleiben, dann lernen Sie, wie Sie von ganz zu Anfang hin zu einer Veröffentlichung kommen, über den Weg der internationalen Normung und der europäischen Normung. Und damit vielen Dank. Vielen Dank, Thomas, für dieses informative und aufschlussreiche Webinar, wie ich finde. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie können die Informationen, die Sie heute hier erhalten haben, für Ihre weitere Arbeit gut nutzen. An dieser Stelle möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Abend und sagen auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss auch von meiner Seite. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend.